Der Verlust von Artenvielfalt ist inzwischen so dramatisch, dass Forscher vom sechsten großen Massensterben sprechen. Damit ordnen sie unser Handeln in die gleiche Kategorie ein wie den Asteroiden, der vor 66 Millionen Jahren die Dinosaurier und viele andere Arten ausrottete. Kann man das irgendwie rückgängig machen, die Tiere zurückbringen? Bereits in den 1920er Jahren stellten sich die Brüder Heinz und Lutz Heck genau diese Frage. Als Zoodirektoren in Berlin und München beklagten sie sich, dass die Besucher die beiden Wildrinder, die es in Deutschland mal gegeben hatte, den Wiesent und den Auerochsen nicht auseinander halten konnten. Den Wiesent gibt es heute noch, aber der letzte Auerochse ist 1627 in Polen gestorben. Um die beiden Tierarten nebeneinander zur Schau stellen zu können, also für die Wissenschaftskommunikation, entschlossen sich die Brüder, den Auerochsen zurückzubringen. Die Genetik steckte da noch in den Kinderschuhen, aber wie Züchtung funktioniert, das wusste man schon ganz gut. Ihre Idee? Weil der Auerochse der Vorfahre der modernen europäischen Hausrinder ist, müssten seine Gene in den Hausrindern noch vorhanden sein. Durch gezielte Kreuzung verschiedener Hausrindrassen sollten also die ursprünglichen Eigenschaften wieder in einer Rasse zusammengebracht werden und somit wäre der Auerochse wieder auferstanden. Die Idee, eine reine ursprüngliche Rasse wiederzubeleben, fanden die Nazis auch total super. Dabei hatte die Familie Heck eine enge, aber auch komplizierte Beziehung zur NSDAP. Tatsache ist aber, dass die Brüder sowohl für ihre Rückzüchtungsideen als auch für die Renaturierung von Landschaften, in denen die Auerochsen dann leben sollten, viel Unterstützung von der NS-Elite erhielten. Heinz und Lux Heck führten in ihren Zoos jeweils ihr eigenes Zuchtprojekt durch. Sie waren sich ziemlich sicher, wie das Ergebnis aussehen sollte und verkündeten bereits in den 1940er Jahren, der Auerochse lebt. Aber war das so? Wie der Auerochse auszusehen und sich zu verhalten hat, entnahmen die Hecks überlieferten Malereien und Beschreibungen. Als sie dann Rinder hervorbrachten, die ungefähr so aussahen, erklärten sie das bereits zu ihrem Erfolg. Aber so wirklich nimmt ihnen das niemand ab. Die Rinder sind zu kurzbeinig, zu klein, ihre Hörner sind nicht richtig, die Fellfarbe der Kühe stimmt nicht. Deshalb heißen sie heute auch nur Heckrinder und eben nicht Auerochsen. Mit diesem Ansatz bekommt man eine ausgestorbene Art nicht zurück. Trotzdem gibt es noch immer Programme, die den Auerochsen nachzüchten möchten. Die Hoffnungen wurden angestürt, als man das Genom eines britischen Auerochsen sequenzierte. Das erleichtert es natürlich, die Rinderrassen zu finden, die dem Auerochsen genetisch am ähnlichsten sind. Die würde man dann zur Zucht benutzen. Warum macht man das, wenn es mit Sicherheit nie so wirklich klappen wird? Die Züchter argumentieren, dass eine solche Rinderrasse helfen könnte, europäische Landschaften zu renaturieren bzw. Kulturlandschaften zu pflegen. Und dafür benutzt man heute auch die robusten Heckrinder. Die Idee, dass man versteckte Eigenschaften von Vorfahren wieder hervorbringen könnte, treibt der Paläontologe Jack Horner noch weiter. Er kündigte an, aus einem Vogel einen Dinosaurier machen zu wollen. Kein moderner Vogel hat Zähne, einen langen Schwanz und Krallenhände, also wird uns die konventionelle Zucht nicht das Ergebnis bringen, das Jack Horner sucht. Stattdessen will er Genmanipulation einsetzen. Er argumentiert, dass Vögel schlafende Gene für die charakteristischen Merkmale ihrer Vorfahren geerbt haben, die will er reaktivieren. Das Phänomen ist nichts Neues, in der Natur wird immer wieder mal ein Tier mit einem ursprünglichen Merkmal geboren, das nennt man Atavismus. Wenn man die richtigen Gene während der Entwicklung eines Vogelfötus einschaltet, könnte man ein Huhn so verändern, dass es aussieht wie… naja, wie ein Huhn, aber mit Zähnen, einem Schwanz und Händen mit Krallen. Chickenosaurus nennt Jack Horner das. Geschummelt ist es nicht, denn Hühner sind ja Dinosaurier. Entwicklungsbiologen konnten tatsächlich die Gene für Zähne und Klauen in Hühnerembryos in separaten Experimenten einschalten. Aus ethischen Gründen wurden die Tiere nicht zur Welt gebracht. Um die wissenschaftlichen Fragen zur Entwicklung und Evolution zu beantworten, war das nicht nötig. Der Vogelschwanz hat jedoch eine kompliziertere evolutionäre Geschichte und Embryonalentwicklung. Er kann nicht durch einfaches Wiedereinschalten eines Gens zu einem typischen Theropodenschwanz verlängert werden. Der Chickenosaurus ist konzeptionell etwas seltsam und es geht auch nicht wirklich darum, eine Art wieder aufleben zu lassen. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt, ob es funktionieren könnte und ob die resultierenden Dinos in der Lage sein werden, sich fortzupflanzen und schlau genug sind, um sich zu unterhalten und Jack Horner zu jagen. Der war übrigens auch Berater für die Jurassic Park Filme. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass du die Geschichte nicht kennst, in dem Film Jurassic Park bzw. dem Buch Dino Park, verwenden Wissenschaftler Dinosaurier-DNA, die in Moskitos steckt, die wiederum in Bernstein eingebettet viele Jahrmillionen überdauert haben. Die Forscher fügen einige fehlende DNA-Teile hinzu, die sie von anderen Tieren übernehmen. Die so erschaffene DNA implantieren sie dann in ein Vogelei und brüten es aus. Dieses Verfahren gibt es wirklich, man nennt es Klonen. Horner und sein Team von Paläontologen haben tatsächlich mal geguckt, ob sie DNA in einem T-Rex-Fossil finden können. Tatsächlich fanden sie einige aufregende Überreste von Weichgewebe und von Blut, aber keine DNA. Auch Bernstein kann DNA wohl nicht konservieren. Eisige Temperaturen aber schon. In der sibirischen Tundra findet man viele gefrorene Mumien verschiedenster Arten, die im Permafrost recht gut erhalten sind. Permafrost ist Boden, der seit vielen Jahrtausenden ununterbrochen gefroren bleibt. Weil Kadaver durch die Kälte konserviert werden, ist der Permafrost im Grunde ein naturhistorisches Archiv, das jetzt vom Klimawandel bedroht ist. Zu den gefundenen Mumien gehören Höhlenlöwen, Wölfe, Bisons, Pferde, Wollnashörner und vieles mehr. Insbesondere das Wollmammut. Mittels Genetik fand man heraus, dass der haarige Eiszeitelefant ziemlich eng mit dem asiatischen Elefanten verwandt war. So eng, dass George Church und sein neues Startup Kolosse planen, das Genom eines asiatischen Elefanten in das eines Mammuts umzuschreiben. Grundsätzlich können sie solche Änderungen vornehmen mit moderner Biotechnologie wie dem CRISPR-Cas9-System. Dann könnte das Mammut mit einem asiatischen Elefanten als Leihmutter geklont werden. Kritiker sagen, dass das nicht das Wiederbeleben einer Art sei, sondern das Kreieren einer neuen Art. Ein synthetischer Organismus. Wie auch immer man das sieht, es ist ein gewagter Plan. Nicht zuletzt, weil wir wissen, dass das Austragen eines Säugetiers einer Art, in einer Leihmutter einer anderen Art, selbst wenn sie eng verwandt sind, sehr oft fehlschlägt. Das liegt daran, dass die Gene des Fötus nicht der einzige Faktor für seine Entwicklung sind. Ein weiterer Faktor ist zum Beispiel die Interaktion mit dem Körper der Mutter. Man kann sich leicht vorstellen, dass es Probleme geben könnte, wenn zum Beispiel die verschiedenen Arten unterschiedliche Tragezeiten haben. Die Geschichte vom ersten Klonen einer ausgestorbenen Art, dem Pyrenäensteinbock, macht das deutlich. Als es nur noch wenige dieser Art gab, implantierten Forscher Eizellen des Pyrenäensteinbocks in Hausziegen. Alle Föten starben. Die Forscher versuchten auch, die Art zu retten, indem sie sie mit Hausziegen paarten. Später versuchte man dann, das letzte Weibchen der inzwischen ausgestorbenen Art mit Hilfe solcher Hybridziegen als Leihmütter zu klonen. Aber obwohl die Hybridziegen ja nah mit dem Pyrenäensteinbock verwandt sind, wurde von den 154 Eizellen, die in 44 weibliche Hybridziegen implantiert wurden, nur ein Junges ausgetragen und per Kaiserschnitt geboren. Das Junge starb innerhalb weniger Minuten an einer missgebildeten Lunge. Trotz dieses traurigen Endes gilt dies als das erste Wiederbeleben einer ausgestorbenen Art. Aber klonen kann funktionieren. Letztes Jahr, 2021, gaben Forscher im Zoo von San Diego bekannt, dass sie ein Schwarzfußfrettchen namens Willa geklont haben, das bereits in den 1980er Jahren gestorben war. Die Leihmutter ihres Klons war ein Hausfrettchen. Das Tier scheint auch einige Monate später noch gesund und munter zu sein. Gute Nachricht. Nun haben wir uns damit beschäftigt, ob wir ausgestorbene Arten zurückbringen könnten oder nicht. Jetzt wollen wir überlegen, ob wir es auch sollten. Das Beispiel der Schwarzfußfrettchen zeigt uns nämlich vor allem die nächste Schwierigkeit mit dem Wiederbeleben ausgestorbener Arten auf. Das Fehlen von genetischer Vielfalt. Sie sind nämlich noch gar nicht ausgestorben, sie werden gezüchtet, um das zu verhindern. Warum hat man Willa dann geklont? Alle lebenden Schwarzfußfrettchen stammen von nur sieben Tieren ab. Sie sind einander so ähnlich wie Geschwister und Cousins ersten Grades. In freier Wildbahn kann ein solcher Verlust an genetischer Vielfalt das Todesurteil für eine Art sein, denn eine hohe genetische Vielfalt bedeutet, dass eine Art anpassungsfähig bleibt und etwaige Gendefekte sich nicht anhäufen können. Die ForscherInnen haben Willa also geklont, um die genetische Vielfalt der noch existierenden Art zu erhöhen. Die mangelnde genetische Vielfalt ist auch ein großes Problem für die Klone eines ausgestorbenen Tieres. Weil wir meist nur die Gene weniger Individuen einer Art zur Verfügung haben und weil der Prozess sehr kostspielig ist und oft fehlschlägt, werden wir nur gelegentlich ein einzelnes Tier aus der Vergangenheit klonen können. Die Art als Ganzes ist damit aber noch lange nicht wiederbelebt, eben weil es an genetischer Vielfalt mangelt. Vielleicht kommen wir um das Problem aber herum. Wir erinnern uns, dass für das Wiederbeleben des Mammuts das Erbgut eines asiatischen Elefanten umgeschrieben werden soll. Wenn man stattdessen das Erbgut vieler asiatischer Elefanten zur Grundlage nimmt – also viele leicht unterschiedliche Versionen des Mammutgenoms – erschafft, wäre eine gewisse genetische Vielfalt ja gegeben. Gehen wir mal davon aus, dass die Firma Kolossel tatsächlich die Spenden zusammen bekommt und, wie sie behaupten, in den nächsten fünf Jahren die erste kleine Herde Mammutkälber erschaffen wird. Wo sollen all die Mammuts dann hin? Das Unternehmen will die Mammuts genau dahin bringen, wo sie herkommen – nach Sibirien. Sie argumentieren, dass sie genauso verwendet werden könnten wie Heckrinder – zur Renaturierung von Landschaften. Beispiele wie das Wiedereinführen von Tieren in Landschaften, die Ökosysteme positiv verändern kann, gibt es schon. Bekannt ist hier vielleicht das Beispiel Yellowstone Park. Als man dort Wölfe ansiedelte, hatte das weitreichende positive Auswirkungen auf das dortige Ökosystem. Sogar Flüsse veränderten ihren Lauf. Spannende Story, solltet ihr mal nachschauen. Die neu erschaffenen Mammuts sollen in Sibirien, genau wie Elefanten in Afrika, das Wachstum von Wäldern in Schach halten, indem sie die Bäume umschubsen. So würden aus der heute dicht beweideten Region wieder eine Steppe wie in der Eiszeit. Das wiederum soll das Auftauen des Permafrostbodens aufhalten, da die Steppe Wärme nicht so stark speichert, wie Wälder das tun. Wenn die Tiere im Winter den Schnee zusammenpressen, frieren die oberen Schichten des Bodens auch besser nach. Sollte das so klappen, würde man verhindern, dass die im Permafrost gespeicherte Biomasse auftaut und verrottet und dabei große Mengen Treibhausgas abgibt. Also Mammuts zur Bekämpfung der Klimakrise. Tatsächlich gibt es schon ein separates Projekt, das die Ökologie der Sibirischen Steppe wiederherstellen will. Pleistocene Park. In einem relativ kleinen Bereich wollen WissenschaftlerInnen dafür eine Reihe großer grasener Säugetiere ansiedeln. Darunter zum Beispiel Jax, Wisente, Elche, Kamele und Wildpferde. Auch diese Arten könnten eine Steppenlandschaft erhalten. Und sie haben einen wichtigen Vorteil, man muss sie nicht erst synthetisch herstellen und klonen. Die Mammuts braucht man also vielleicht gar nicht. Wiederbelebte Tierarten würden wahrscheinlich in absehbarer Zeit nur ein Spektakel im Zoo sein. Wenn es überhaupt jemals wirklich die Originale sind. Auf der einen Seite könnte das Zurückbringen beliebter Tiere der Naturgeschichte die Unterstützung der Bevölkerung für Umwelt- und Klimaschutz erhöhen. Auf der anderen Seite ist das Klonen längst ausgestorbener Tiere sehr schwierig und kostspielig und bisher vom biologischen und biotechnologischen Erkenntnisgewinn mal abgesehen nur von bescheidenem Erfolg gekrönt. Einige WissenschaftlerInnen argumentieren, dass die großen Summen nicht in das Zurückbringen ausgestorbener Arten gesteckt werden sollten, sondern in den Erhalt von kritisch bedrohten Arten, wie dem Schwarzhussfrettchen. Also Arten, die eine Chance haben, irgendwann in die Wildnis entlassen zu werden, um dort stabile Populationen zu schaffen und blühende Ökosysteme mitzugestalten. Ich selbst würde gerne einmal einen Mammut, einen Höhlenlöwen oder einen Auerochsen sehen. Sogar der Chickenosaurus wäre ziemlich cool. Aber ich denke auch, dass es vielleicht effektiver wäre, sich zuerst auf das zu konzentrieren, was wir noch haben und die ausgestorbenen Arten vorerst im Kühlschrank zu lassen, bis es wieder eine Welt gibt, in der sie sich heimisch fühlen können. Was denkt ihr denn darüber? Diskutiert das doch gerne in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen, schönen Tag noch, tschö. Vielen Dank. Vielen Dank.